Da tun wir aber erstmal weg, ne? Nach dem Duschi Duschi räumen wir richtig, hier meine kleinen Giddelmäuse. Oh, die muss ich aber auf den Schrank tun, ne? Sonst ist der Schnauzi schneller, ne? Sonst ist der Schnauzi schneller und das wollen wir nicht, ne? Nein! Oh, der hängt da immer her. Was fiebst du, Kleiner, ne? Ja, super. Dankeschön, liebe Inge, ich freue mich super. Super, super. So was mag ich echt schön offen lassen, über ein T-Shirt schmeißen, klasse, ne? Soll ich nicht wegräumen? Doch räumen wir weg, ne? Aber geht mit einer Hand nicht. Tschüss, danke, super.